Hundegeschenke 10 originelle Arten ihrem Vierbeiner eine Freude zu machen Für viele Hundehalter ist der Hund mehr als nur ein Haustier. Er gilt häufig als Familienmitglied, das zu besonderen Ereignissen wie beispielsweise Weihnachten oder dem eigenen Geburtstag mit Geschenken verwöhnt wird. Aber was sind denn nun die besten Hundegeschenke? Während Dinge wie Halsbänder oder Leinen weniger ein Geschenk, sondern vielmehr eine Notwendigkeit sind, sollten Geschenke für Vierbeiner tiergerecht sein und mit Bedacht gewählt werden. Damit sie ihrem Liebling eine richtige Freude machen können, haben wir im Folgenden einige tolle Ideen für Hundegeschenke zusammengetragen. 1. Intelligenzspielzeug Statt ihrem Vierbeiner die Leckerlis einfach vor die Schnauze zu legen, können sie mit einem Intelligenzspielzeug die Fähigkeiten ihres Hundes fördern und ihm gleichzeitig Unterhaltung bieten. Ein Intelligenzspielzeug hat Verstecke, die das Tier anhand verschiedener Techniken öffnen kann, um an die Leckerlis zu gelangen. 2. Schnüffelteppich Ähnlich wie das Intelligenzspielzeug gestaltet es sich mit einem sogenannten Schnüffelteppich. Auch hier gibt es zahlreiche Öffnungen, in denen sie Leckerlis verstecken können. Diese gilt es zu erschnüffeln und anschließend zu öffnen. Ein solcher Teppich bereitet auch großen Hunden viel Freude, da nicht nur der Geruchssinn des Vierbeiners gefördert, sondern auch Stress abgebaut wird. Und ein tolles Extra? Die Fellnase kann sich nach getaner Schnüffelarbeit auf dem Teppich ausruhen. 3. Ein Spielball Bälle zählen zu den beliebtesten Hundespielzeugen. Mit ihnen kann das Tier zeigen, wie gut es apportieren und jagen kann. Einige Bälle verfügen über spezielle Noppen, die beim Kauen eine pflegende Wirkung für Zähne und Zahnfleisch haben. 4. Ein Knochen Mit Knochen können Sie Ihren Hund dabei helfen, durch ausgiebiges Kauen seine Kiefermuskulatur zu stärken. Daher gehören auch Knochen zu den besten Geschenkideen für Vierbeiner. Achten Sie gerne auch auf die Inhaltsstoffe. Der Knochen sollte außerdem fettarm sein und weder künstliche Farbe noch künstliche Aromastoffe enthalten. 5. Kaustangen und Kauspielzeug Einen ähnlichen Effekt wie die eben erwähnten Knochen haben Kaustangen und anderes Kauspielzeug. Mit speziellen Noppen ausgestattet stärkt es nicht nur die Kiefermuskulatur der Fellnase, sondern wirkt sich auch positiv auf den Speichelfluss aus und pflegt gleichzeitig die Zähne. 6. Pralinen Der Kaulknochen ist der Klassiker unter den Hundegeschenken. Wer etwas Ausgefallenes verschenken möchte, der kann beispielsweise auf Hundepralinen zurückgreifen. Diese bestehen aus feinstem Kalbsfleisch und sollten weder chemische Zusatzstoffe wie Konservierungs- oder Farbstoffe noch Zucker enthalten. Damit eignen sie sich hervorragend sowohl für kleine als auch für große Vierbeiner. 7. Quietschendes Spielzeug Eine besondere Freude beim Spielen bereitet quietschendes Spielzeug. Dieses gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Größen, als Schneemann, Ente oder Hotdog. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. In der Regel bestehen sie aus ungiftigem Latex-Kautschuk und animieren das Tier zum Spielen. 8. Hundebett Ein tolles und nützliches Geschenk zugleich ist ein gemütliches Hundebett. Was viele nicht wissen, Hunde benötigen sehr viel Ruhe und schlafen bis zu 22 Stunden am Tag, auch wenn sie nur dösen. Auf einem kuscheligen Hundebett kann sich der geliebte Vierbeiner jederzeit zurückziehen und von den anstrengenden Spieleinheiten erholen. 9. GPS-Tracker Ein vor allem für Halterinnen und Halter hilfreiches Hundegeschenk ist ein Hundehalsband, das mit einem GPS-Tracker ausgestattet ist. Selbstverständlich ist es auch zum Wohle des Hundes. Sollte sich ihr Vierbeiner auf Abwegen befinden, können sie ihn durch das GPS-Signal des Halsbandes orten und wieder auffinden. Damit ein solcher Tracker aber tatsächlich auch zur Wohle ihres Hundes ist, sollte er qualitativ hochwertig und das Halsband angenehm sowie ungefährlich zu tragen sein. 10. Ein Rezeptbuch Das letzte der Hundegeschenke dieser Liste ist ein Hundekochbuch. Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere geliebten Vierbeiner von großer Bedeutung. 10. Wenn die beschenkte Person oder sie selbst noch dazu Spaß am Kochen haben, schlagen sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie können extra Zeit in der Küche verbringen, während sie ihrem Hund frische, besondere Mahlzeiten auffrischen. 11. Fazit Da die meisten Vierbeiner für ihren Halter als Familienmitglied gelten, können sie sich zu besonderen Anlässen auch über Geschenke freuen. Damit sie wissen, welche Aufmerksamkeiten sich für Fellnasen besonders gut eignen, haben wir einige der besten Geschenkideen zusammengetragen, darunter Knochen, Pralinen und Kauspielzeug. Doch es gibt zahlreiche weitere kreative und originelle Ideen, mit denen sie ihrem Haustier eine Freude bereiten können. Der erste eine Freude Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020